also auch schon fast am ende ich sage schon mal danke dass sie sich die zeit genommen haben ich bräuchte jetzt zum abschluss nur noch mal ihren familiennamen mein familienname der ist lang dass das ist überhaupt kein problem nehmen sie sich die zeit und buchstabieren sie dann einfach ok l a n g